Servus, Grüezi und Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Baden Farmer und freue mich, dass du heute wieder bei diesem Projekt mit dabei bist. Folge Nummer 15 und das letzte Video für diese Staffel. Unser Projekt als Lohnunternehmer in Neubartelshagen findet heute leider seinen Abschluss. Nachdem ich mir nochmal die Update Beschreibung für die Version 1.1 für diese Map angesehen habe, war ich der Meinung, dass kein neuer Spielstand nötig wäre. Aber nachdem ich probehalber einen neuen Spielstand gestartet habe, waren alle angekündigten Änderungen vorhanden. Die neuen Verkaufsstellen, die neuen Produktionen und die neuen Wege. Also müssen wir wohl oder übel, wenn wir diese Karte weiterspielen möchten und das möchte ich sehr neu beginnen. Freut euch also auf ein neues Projekt, das in Kürze starten wird. Auf Neubartelshagen Reloaded. Dazu werden wir alle Gebäude, Maschinen und Erträge zu Geld machen und uns an neuer Stelle einen neuen und modernen Hof bauen und uns natürlich auch einen neuen Fuhrpark zulegen. Aber für die heutige Folge geht es noch mal raus aufs Feld. Wir werden noch mal als Lohnunternehmer einen Auftrag annehmen und mit unserem Equipment Mais ernten. Auch können wir nun im Oktober unsere Oliven ernten. Das heißt, endlich kommt unser Vollernter von New Holland zum Einsatz. Wenn dir die heutige Folge gefällt und du bei unserem neuen Projekt mit dabei sein willst, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung beim Zusehen. Dein Baden Farmer. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020